und da sind wir wieder zu einer weiteren neuen folge ats kansas schwerpunkt let's play und so wie schnell ist das level 33 eigentlich wollte ich ja bloß das level 36 spielen weil wir dann ja quasi das spiel durch haben da haben wir hier alles drin so das wäre ein meilenstein den man erreichen kann nächster meilenstein wäre vielleicht alle garagen gekauft zu haben oder so viele fahrer einzustellen dass das jobcenter kein fahrer mehr hat so der typische das typische ziel ist ja erstmal alle fähigkeiten zu erlernen also alle skills zu erlernen so damit wäre dann bei level 36 feierabend mal schauen ob ich denn neue neue staffel anfange also ob ich hier quasi einfach wieder von vorne anfange damit wir mal wieder auch mit ein paar neueren features neues spiel starten können vor allen dingen mit einem reicheren kenntnisstand über das spiel ja wobei ich jetzt nicht wüsste was beim zweiten bestand anders machen sollte das beim ersten höchstens früh anfangen weiter eilke bis zu kaufen so weit haben wir eigentlich jetzt war doch auch der rechtsfall anfangen können ja ja jetzt war was im klo was im klo zum hals hä sind wir falsch gefahren wo schickt er mich denn jetzt gerade lang aber er hat doch gesagt dass wir hier lang fahren sollen oder nicht das letto letztens der erster ausgeschickt hä vor allen dingen wieder zurückfahren und denn hier doch wieder da lang zu fahren was ist da gerade los oder denkt er gerade dass ich auf der anderen fahrbar ja doch er denkt wahrscheinlich doch ja eben er schickt uns ja hier raus das heißt er denkt dass wir hier auf der auf der auf der anderen fahrbahn sind fährt da hinten heute habe ich ja schon bezahlt hallo schrank offen schrank offen komisch das spiel so erst mal radio blablabla blablabla also immer so werde ich gedacht dass unsere mitarbeiter schneller geld ranbringen wobei ich weiß halt gar nicht wenn unsere mitarbeiter also wenn wir die neue spielversion anfangen weil dann unsere mitarbeiter eigentlich auch alle zurückgesetzt dass jetzt quasi auch erst mit neuen missionen angefangen haben wahrscheinlich schon wieder voll sinn machen weil für die ende sicherlich strecken auch das ist ja mal karte an die halte mitarbeiter gehen paramanager karten ansicht gerade losgefahren und guck mal die ist schon ein bisschen länger im einsatz der ist schon richtig lange im einsatz also ok dann wird er doch nicht zurückgesetzt weil der ist hier schon lange gefahren ja dann scheinen die tatsächlich doch einfach weiterzumachen und der hat eine ganz lange mission ah ne eher ja guck mal der ist auch schon in der halte stücke gefahren scheint sich mal dass die strecken noch nicht zurückgesetzt werden okay dann heißt es also tatsächlich dass sie doch einfach weiter fahren was sich ein bisschen wundert weil wenn sich der karteninhalt ändert und wir auf eine sichere position zurückgesetzt werden damit wir nicht irgendwo nirgendwo landen dann müsste das für die mitarbeiter auch gelten weil angenommen es gibt es jetzt ein neues spiel wo war es jetzt gerade wenn er jetzt gerade seine mission wenn sie jetzt gerade ihre mission hier fährt kann es durchaus sein dass es diese straße hier bei der neuen version nicht mehr gibt was hier auf einmal in der lufte ist also auch da können sich ja sache ändern deswegen wäre ich eigentlich schon davon ausgegangen dass bei denen sich das auch zurücksetzt ich werde deswegen jetzt so lange kein geld bekommen weil ja die alle erstmal neu anfangen müssen die wir rausgesucht hatten gerade waren einfach nur alles schon sehr schnell das sind ja obwohl war gerade eine halbe stunde die halben stunde bin ich niemals auf die strecke zurückgelegt die haben ja schließlich nicht mein fahrstil ja noch schöner haa schluck wie eine landschaft schlotter Horn trinken sie 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 So, Exit Audi wollen wir nicht haben, lässt uns vorbei, wird so aus. Das ist aber schon eine geile Aussicht hier. Schöne Weite Landschaften. Das ist aber schon eine geile Aussicht, die wir sehen, 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 die wir sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Guckt euch diese Sicht an. Ist das geil oder was? Er ist da. Das ist schon geil. Oh, ich bliege ja die ganze Zeit. Ups. Mir sagt aber auch keiner was. Wow, hallo. Das war mal ein Ruckler. So, was hat man hier im Letzplay schon lange, lange nicht mehr so der richtigen heftige Ruckler. Oh, noch mal 60 Meilen. Stimmt, so langweilig ist er ja gar nicht. Eben war er gerade mal 300 bis 400 Meilen. Irgendwie so in der Größenordnung. Oh, hier ist gerade dunkel geworden, oder? Ah, hier ist es noch eine Wolke. Guck mal, hier wird es wieder heller. Ah, da ist es wieder heller. Oh, da ist es wieder dunkel. Hier ist es hell. Ich meine, guck mal, ich mach kurz mal um die Wolken an. Das ist schon eine Ansage. Oder so. Also, die werde jederzeit anfangen zu bringen. Also, Platz kriegen. Ah, ist ja lang, dann wird es wieder mit dem Geld. 50.000 Euro. So muss das sein. So, das ist mir ein bisschen zu langsam. Ich komme mal kurz auf die andere Spur. Da sie gerade eh frei ist. Aber man merkt mittlerweile auch richtig, dass SCS-Software, was den American Truck Simulator angeht, echt in so einer Art Kampfstimmung ist. Die hauen jetzt wirklich ein DLC nach dem anderen raus, so als Map-Erweiterung. Das ist ja wirklich schon... Ich meine, es ist jetzt noch nicht mal so lange her, dass Texas rauskam. Und jetzt kam kurz nach dem, kam dann... Was über Texas? Montana war ja das um. Auf jeden Fall kam dann kurz danach das nächste DLC raus. Jetzt wieder das nächste DLC schon. Ich weiß nicht. Texas kam glaube ich von nicht mal einem Jahr raus. Das heißt, innerhalb von einem Jahr drei DLCs rausgebracht. Das ist doch schon ordentlich. Mit der DLC ist also gonna get poten. Sooo, haben wir hier die wunderschöne Ausfahrt 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 ich kenne diese frauennahme ja der landwirtschaftlich ich habe schon die ganzen getreidesilos ist schon geil landschaftsmäßig schon sehr cool gemacht jetzt will ich mich auch direkt mal wundern naja wohl schrecklich würde ich auch gerne mal vermehrt lang fahren genau hier sind bloß noch png häuser oh sogar richtige sprites die sich zur kamera ausrichten lol nice ja also kriegt man relativ leicht weite weite landschaften hin guck mal wie weit wir gucken können das ist schon das ist schon alles sehr geil gemacht also mit den wow alter boah lass doch mal hey 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 ja doch halt das ist ja böse ja das ist ja richtig böse hey hey Ich glaube, was die Rechenleistung angeht, also den Rechenleistungsbedarf, das heißt wohl Kansas noch mal einen Schwimmstippe draufgelegt zu haben. Sind wir jetzt richtig rum? Na, natürlich falsch rum. Bitte, bitte, bitte sei hier keine Alphawand. Sehr gut. Oh, der hier war jetzt aber ein wenig. Oh, ich will mal kurz gegenfahren. Oh, ich will mal kurz gegenfahren. Rote Symbole ist meistens stoßfest und weich gepolstert, ideal als Prellbock. So, gucken, was wir da... So. So. Boom, ausgezeichnet. Stimmt, der letzte Tag hat man ja genau diesen ganzen kleinen Zipfel da gehabt, ne? Nice. So. Äh, Frachtmarkt. Gucken wir mal, was es hier ist innerhalb von Kansas so gibt's, hallo? Da. Äh, Kansas nach Kansas. Da. 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 Ja. Gut, ich schreibe nochmal zurück. Ah, ich hatte jetzt ja überhaupt hier hinten ein bisschen lang oder so. Mal gucken, was da noch kommt. Da. Ja, das ist das auch so. Ich schreibe. Ähm, ja, dann hier war der. So. So. Wollen wir jetzt noch hin? Nee, los ich nicht. Von daher machen wir das natürlich ruhig in der nächsten Folge und dann, äh, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.